Das Leben ist außerordentlich wichtig und ich hoffe sehr, dass dies der europäischen Gemeinschaft gelingt. Sie tut nicht immer alles dafür. In der Ukraine haben wir gesehen, dass sie teilweise mit ihrer wirklich idiotischen Politik die Streitigkeiten zwischen den Völkern eher befördert. Wir sehen es auch im Augenblick mit der Migrationspolitik, mit der Kontingenzpolitik, dass die EU leider vieles tut, um den Frieden zwischen den europäischen Völkern zu stören und deshalb ist meine Hoffnung sehr, dass wir den Frieden in Europa erhalten können. Aber dafür sollte die Europäische Union sehr viel mehr auf die Befindlichkeiten der Völker Acht geben und sich selber mit internationaler Politik, mit Außenpolitik sehr zurückhalten. Dankeschön. Es ist mein Name. Mein Name ist Nikolaus Vest und ich bin ein Abgeordneter der ID-Fraktion. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.